so hallo herzlich willkommen ganz kleinen moment eine sache habe ich noch vergessen wunderbar so jetzt auch ordentlich gekleidet heute geht es um das gesetz der anziehung und um den prozess des wünschens eigentlich geht es bei uns immer um das gleiche um den gebrauch der gedanken um den gebrauch der eigenen gedanken und dass es immer leichter wird das leben selbst zu gestalten mittels der eigenen gedanken und es geht auch nur mit den eigenen gedanken es geht gar nicht anders immer wieder kommen wir zu den eigenen gedanken zu dem verstand zu dem geist und da setzen wir auch heute an also zuerst einmal was besagt das gesetz der anziehung ich weiß stammzuschauer wissen das schon aber ich wiederhole es noch mal kurz für die neulinge oder für die die noch nicht ganz so fortgeschritten sind also das gesetz der anziehung sagt gleiche energie zieht gleiche energie an und die wichtigsten grundvoraussetzungen die du unbedingt wissen solltest alles was dich umgibt es energie energie in unendlich vielen frequenzen alles schwingt und diese unterschiedlichen schwingungs frequenzen lässt uns zum beispiel feste materie als feste materie wahrnehmen oder erscheinen das auto den baum das haus alles ist bestandteil der gleichen energie die gesamte erde das gesamte universum besteht aus der gleichen grundsubstanz alles schwingt in unendlich vielen frequenzen und die meisten dieser frequenzen sind für die menschlichen sinnesorgane nicht wahrnehmbar wir können die nicht anfassen wir können nicht hören wir können die nicht fühlen und wir können die nicht sehen und deine gedanken sind auch bestandteil dieser energie die energiefrequenz deiner gedanken ist in jedem labor exakt messbar und so wissen wir dass positive liebevolle wohlwollende ermutigende gedanken in einer höheren frequenz schwingen und negative aggressive neiderfüllte boshafte ängstliche depressive gedanken die schwingen in einer niedrigeren energiefrequenz und ich habe hier mal ganz kurz was aufgemalt ganz kleinen moment das werden wir heute nutzen also das hier soll die frequenz darstellen von der niedrigen frequenz von minus 10 bis zu einer hohen frequenz von plus 10 die niedrig schwingenden gefühle wie depression hass missgunst neid angst wut aggression die schwingen ganz am unteren ende der skala und die die positiven gefühle allen voran natürlich die liebe gesundheit wohlwollen dankbarkeit großzügigkeit schwingt viel höher also die schwingungen sind viel kleiner und unten sind die schwingungen größer das heißt wenn wir uns hier oben bewegen in diesen gefühlen dann befinden wir uns in einer hohen schwingung und fühlen uns gut wir haben eine hohe schwingung und dadurch angenehme und gute gefühle und befinden wir uns unten auf der skala in den gefühlen von angst neid missgunst oder depression oder aggression oder wut dann befinden wir uns in einer niedrigen schwingung und das heißt wir haben dabei ungute gefühle und wenn du in der mitte bist es gibt auch neutrale gedanken dann fühlst du dich so lala nicht richtig zufrieden und nicht richtig unzufrieden aus dem grunde weil sich alles auf unterschiedlichen frequenzen befindet ist es auch gar nicht möglich positive angenehme liebevolle gedanken und gleichzeitig negative und neidische gedanken zu denken es ist nicht möglich entweder du befindest dich gedanklich in einer höher schwingenden frequenz hier oben dann fühlst du dich wohl bist zufrieden mit dir und das leben erscheint dir schön und erfüllend oder du befindest dich irgendwo in der mitte also im neutralen bereich und das ist nicht besonders aufregend nicht besonders toll du bist nicht zufrieden du bist nicht unzufrieden du lebst dein leben so lala es ist definitiv nicht erfüllen oder du befindest dich im niedrig schwingenden bereich in diesem bereich hier und dann fühlst du dich entsprechend deiner gedanken mies ängstlich neidisch missgünstig hasserfüllt oder depressiv je nachdem auf welchem unteren ende der schwingung du dich gerade befindest alles geht nur um schwingung alles geht nur um energie letzten endes und wenn du das tief verstehst dann kannst du nicht mehr so denken wie du bis jetzt gedacht hast also jeder deiner gedanken erschafft ein passendes gefühl in dir das heißt du selbst erschafft mit deinen eigenen gedanken deine gefühle du selbst erschafft mit deinen eigenen gedanken deine gefühle niemand anders kann das für dich tun das kannst nur du selbst tun du bestimmst zu jeder zeit welche gedanken du denkst und welche gedanken du nicht denkst denkst du sorgenvolle ängstliche gedanken fühlst du dich entsprechend ängstlich und sorgenvoll und wenn du ängstlichkeit empfindest dann bist du nicht in der lage im selben moment konstruktive intelligente lösungen für ein problem zu finden und warum ist das so zum ersten wirst du schon selbst bemerkt haben dass ängstliche und sorgenvolle und auch depressive gefühle einfach lähmen sie leben dich und du bist kaum in der lage intelligent zu handeln und du bist kaum handlungsfähig dir steht nämlich während ängstlicher sorgenvoller und depressiver gedanken nur ein teil deines gehirns zur verfügung nur ein kleiner teil deiner denkfähigkeit ist für dich verfügbar deshalb ist es auch nicht sinnvoll in einem ärgerlichen oder wütenden zustand zu diskutieren du bist in diesem moment nicht besonders intelligent weil du dich im sogenannten kampf und fluchtreflex befindest deinem gehirn wird der sauerstoff entzogen und der wird bereitgestellt für deine muskeln dass du kämpfen oder fliegen kannst so und zum zweiten die lösung eines problems liegt niemals auf der niedrig schwingenden frequenz ängstlicher hoffnungsloser oder depressiver gedanken die lösung eines problems liegt immer in einer höheren frequenz und deshalb kannst du wenn du dich in einer niedrigen frequenz also hier im unteren bereich befindest kannst du nicht offen sein für die lösung weil die lösung deines problems das ja hier entstanden ist auf dieser frequenziellen ebene die lösung liegt viel höher die lösung die liegt hier irgendwo im blauen bereich deshalb ist es so unklug sich zu lange in diesen bereichen aufzuhalten es ist klug sich so wenig als möglich in diesen bereichen aufzuhalten und das kann trainiert werden und das trainieren wir hier am laufenden band in jedem webinar ich fasse noch mal zusammen denkst du hoffnungslose sorgenvolle neidische hasserfüllte missgünstige kurz negative gedanken empfindest du als folge dieser negativen gedanken entsprechend negative gefühle und das bedeutet gleichzeitig alle negativen gefühle die du jemals empfunden hast oder die du jemals in der zukunft empfinden wirst sind alles nur folgen deiner eigenen gedanken und da du die einzige person bist die einfluss auf die qualität der eigenen gedanken nehmen kann hast du es im griff wie du dich fühlst immer zu jeder zeit du selbst bestimmst sozusagen mittels der wahl deiner gedanken wie gut also hier in diesem bereich oder weniger gut in diesem bereich du dich fühlst deine emotionen und jetzt jetzt hör genau zu deine emotionen sind ein feedback für das worauf du dich fokussierst deine emotionen sind ein feedback für das worauf du dich fokussierst fokussierst du dich auf diesen bereich hier auf aggression wut missgunst neid auf hasserfüllte gedanken kurz auf negative gedanken dann fühlst du dich dementsprechend negativ weil jeder gedanke ist mit einem bestimmten gefühl verbunden und diese gedanken die sich hier im unteren frequenzbereich befinden die sind mit negativen gefühlen verbunden mit mehr oder weniger schweren negativen gefühlen und alle gefühle die im oberen bereich liegen die sind mit guten gefühlen verbunden und die liebe die schwingt ganz oben die höchst schwingende frequenz wenn du in der frequenz der liebe bist fühlst du dich am besten und besser geht's gar nicht so also deine emotionen sind dein feedback für das auf was du dich fokussierst wird noch ganz wichtig also deine vorwiegenden gefühle sind dein feedback für das worauf du dich gedanklich vorwiegend fokussierst ich werde dir nachher verschiedene beispiele aus verschiedenen lebensbereichen geben denkst du also ermutigende konstruktive wohlwollende liebevolle kurz positive gedanken dann fühlst du dich als folge gut und du bist mit der welt zufrieden und letzten endes geht im leben alles nur um die frequenz um die schwingung deiner gedanken es geht nur um die schwingung deiner gedanken es geht nur darum in welcher schwingung du dich befindest wünschenswert ist es sich so weit oben als möglich auf der skala der gedanklichen schwingung zu befinden und nicht wünschenswert ist es auf der unteren skala sich zu befinden weil die untere skala ist nicht normal für uns menschen ist nicht natürlich und deswegen bekommst du immer ein schlechtes oder ein unangenehmes gefühl wenn du dich im unteren bereich der skala bewegst gefühlsmäßig also es geht darum die richtige schwingung die richtige gedankliche schwingung zu schaffen und beizubehalten die in deiner lebensrealität die erwünschten folgen schafft zum beispiel dein ziel oder dein wunsch also nochmal es geht darum die frequenz die gedankliche frequenz deines wunsches deines ziels oder das was du willst beizubehalten so lange so oft als möglich ich gebe dir mal ein beispiel also erst mal wünsche entstehen nur durch gegensatz lass mich das kurz erklären wenn es eine zeit gab in der du nicht genügend geld hattest dann spürst du schmerz weil du nicht weißt wie du deine rechnung bezahlen kannst und dieser schmerz veranlasst dich zu dem wunsch mehr geld haben zu wollen und dieser schmerz entfacht in dir verlangen genügend geld haben zu wollen und wie viel auch immer genügend für dich ist wünsche entstehen immer durch den gegensatz von nicht haben und das liegt hier irgendwo zu haben und haben liegt hier irgendwo weil wenn du nicht hast fühlst du dich dementsprechend mies auf der unteren skala und das erweckt das verlangen in dir aufzusteigen gefühlsmäßig in die obere skala deswegen möchtest du mehr geld deswegen möchtest du gesund sein deswegen möchtest du dies oder jenes deswegen möchtest du deine situation verändern so und wie funktioniert das nun mit der schwingungsfrequenz deiner gedanken wenn du eine bestimmte summe geld möchtest und du fokussierst dich darauf du visualisierst zum beispiel zehn minuten am tag und dann sagst du dir zusätzlich deine affirmation zweimal noch auf und all das ist toll all das ist wichtig und in diesen 20 minuten am tag visualisieren und affirmieren bringst du dich in eine gedankliche schwingung die der schwingung deines wunsches entspricht wenn du alles richtig gemacht hast wenn du dich dabei emotional gut fühlst und wenn du gedanken denkst und dabei keine emotionen empfindest dann haben die gedanken wenig energie und sie wirken wenig schöpferisch oder gar nicht schöpferisch aber wenn es ein wirklicher wunsch von dir ist und du visualisierst und affirmiert und das fühlt sich für dich gut an weil es ja ein herzenswunsch ist und dir das alles vorzustellen dass dieser wunsch für dich realität ist wenn du dabei gute gefühle empfindest dann bist du auf den richtigen weg also je schöner und intensiver deine gefühle sind die du beim affirmieren oder beim visualisieren oder beim träumen empfindest desto wirkungsvoller ist der schöpferische prozess gehen wir zurück zum beispiel du visualisierst und affirmiert also täglich 20 minuten und das fühlt sich ziemlich gut an das ist toll da bist du schon mal auf den richtigen weg und dann kommt die neue nebenkostenabrechnung diesmal besonders hoch und du denkst dann woher zum teufel soll ich das geld nehmen nächste woche ist die ratenzahlung für die küche dran und das geld reicht auch hinten und vorne nicht und immer wieder geraten deine gedanken in die gleiche negative richtung du fokussierst dich auf die derzeitigen umstände deines lebens die nicht gerade toll sind und die du eigentlich nicht mehr in deinem leben haben willst und du sendest gedanken von mangel gedanken von nicht haben immer wieder und immer wieder warum hab bloß immer ich schwierigkeiten mit dem geld warum reicht es bei mir hinten und vorne nicht immer wieder das alte lied warum passiert mir das immer wieder warum mache ich alles falsch warum mache ich alles falsch was mache ich falsch und genau das machst du falsch ganz genau das du fokussierst dich oftmals mit deinen gedanken auf das was du nicht willst also auf mangel an geld beispielsweise du fühlst den mangel als ob es ein körperlicher schmerz ist und diese gedanken sind mit starken emotionen gekoppelt weil du fühlst ja diesen starken emotionalen schmerz dabei oder den druck in der magengegend wenn du die rechnung nicht bezahlen kannst und diese diese gedanken diese schmerzvollen gedanken die sind energetisch so stark und die gedanken die wirken natürlich schöpferisch und das gesetz der anziehung ist neutral es bringt dir das was deinen vorwiegenden oder vorherrschenden gedanken entspricht du sendest also 20 minuten beim visualisieren und affirmieren am tag die frequenz an gedanken die eine realität schafft die du dir wünscht aus und das ist toll aber drei stunden am tag sendest du wahrscheinlich unbewusst gedanken von mangel und gedanken von nicht haben und das kann nicht funktionieren weil die gedanken von mangel und von nicht haben die befinden sich hier auf der unteren skala und die gedanken von dem was du dir wünschst die schwingen immer auf der oberen skala weil der mensch ist so gepolt dass er sich immer von der unteren skala weg bewegt in richtung der oberen skala dein unterbewusstsein bringt dich immer von von schmerz zu freude von mehr negativen gefühlen zu mehr positiven gefühlen das ist die aufgabe deines unterbewusstseins und das ist ein uralter überlebensinstinkt und er arbeitet immer noch wie vor hunderttausend jahren also weiter gedanken von ich habe und ich bin also die gedankliche realität deines wunsches liegt immer auf einer viel höheren gedanklichen frequenz als die gedanken von mangel und nicht haben und das kannst du an deinem feedback system an deinen gefühlen bemerken fühlst du dich nicht gut bist du immer hier irgendwo in niedrig schwingender frequenz immer wenn du dich nicht gut fühlst bist du in niedrig schwingender frequenz wenn du dich so neutral fühlst so lala dann bist du mittendrin und diese neutralen gedanken die haben so gut wie keine schöpferische wirkung weil die haben keine energie du verspürst keine gefühle dabei das leben ist dann so leidenschaftslos das leben ist so ohne pfeffer ohne juice es fühlt sich nicht so toll an und wenn du dich gut fühlst dann befindest du dich immer im oberen bereich der schwingung und je nachdem wie hoch du durch training kommst desto besser fühlst du dich also mit gedanken des mangels störst und verzögerst und verhinderst du deine wunscherfüllung weil die frequenz die du aussendest wenn du dich auf deine derzeitige unbefriedigende lebenssituation fokussierst die liegt irgendwo hier und erweckt schlechte gefühle dein wunsch liegt hier und erweckt in dir bei der vorstellung gute gefühle das gesetz der anziehung sagt gleiche energie also gleiche energie zieht gleiche energie an diese art von niedrig schwingender energie zieht niedrig schwingende energie an diese art von höher schwingender energie zieht höher schwingende energie an und albert einstein sagt dazu alles ist energie und das war es schon und jetzt wird es wichtig passen sie sich der frequenz der realität an die sie sich wünschen und sie kommen nicht umhin diese auch zu bekommen es kann nicht anders sein das ist nicht philosophie das ist physik und das hat albert einstein gesagt und das wiederhole ich immer wieder weil es so wichtig ist es geht nur um die schwingung deiner gedanken wenn du erfolgreich sein willst egal in welchem lebensbereich dann geht es nur um die schwingung deiner gedanken in diesem lebensbereich denkst du vorwiegend gedanken niedrig schwenkender energie also ängstliche sorgenvolle missgünstige gedanken oder neidische hasserfüllte gedanken also ganz kurz negative gedanken wir fassen das mal zusammen wird das umstände und situationen in dein leben ziehen die dieser niedrig schwingenden energie entsprechen und diese niedrig schwingende energie die du oftmals denkst oder vorwiegend denkst wird sich weiter in deinem leben manifestieren und das willst du nicht aus vorwiegend negativen gedanken die in diesem bereich liegen kann kein angenehmes glückliches leben entstehen das geht nicht das geht rein physikalisch nicht also die menschliche entwicklung also auch deine entwicklung die vollzieht sich immer von niedrig schwingender energie zu höher schwingende energie immer die menschliche entwicklung ist immer eine entwicklung des geistes also des verstandes die entwicklung deiner gedanken die ja den verstand hervorbringt die menschliche entwicklung bedeutet deine deine gedanken immer höher schwingen zu lassen du befindest dich jetzt hier oder vielleicht befindest du dich jetzt hier und die menschliche entwicklung für dich bedeutend dann dich immer höher schwingen zu lassen immer auf der skala nach oben zu gehen in richtung der höher schwingenden besseren gefühle der angenehmeren gefühl der intensiveren positiven gefühle deine gefühle die du jetzt hast in dem moment also der gesamtdurchschnitt deiner gefühle sind dein indikator dafür an welcher stelle dieser schwingungsfrequenz du jetzt stehst also weiter oben in der mitte oder weiter unten und ich kann dir sagen alles bis hier ist nicht besonders befriedigend alles bis hier ist ziemlich mies ziemlich mies ja und unser bewusster verstand erzeugt gedanken und gedanken sind schöpferisch und das heißt oft gedachte gedanken mit emotionaler intensität neigen zur realisierung und unsere gedanken und das weiß schon jeder hier besonders die stammzuschauer unsere gedanken sind der einzige ansatzpunkt für veränderung für entwicklung im leben und deshalb solltest du und ich und jeder mensch interessiert daran sein die schöpferische kraft der gedanken immer besser und bewusster zu lenken und führen zu lernen und zwar in jeden moment nicht nur in dem moment wo du gerade mal affirmiert oder wo du visualisiert oder wo du meditiert sondern den ganzen tag weil wenn du dich hier 20 minuten befindest in dem bereich und hier drei stunden dann kannst du dich selber fragen was mehr wirkt du wirst immer eine lebensrealität erschaffen die weiter hier unten liegt weil das sind die vorherrschenden gedanken und deswegen funktioniert es nicht wenn du nur mal 20 minuten affirmiert oder dich mal eine halbe stunde schwingungsmäßig in deiner wunschfrequenz befindest aber die anderen fünf stunden oder die anderen zehn stunden des tages dich mehr hier unten bewegst wenn du zum beispiel negatives umfeld hast und du redest mit pessimisten mit negativen menschen dann haben die negativen menschen wenn du nicht bewusst widerstehst dann dann ziehen die dich hier runter in diese art von niedrig schwingender energie und das kostet dich energie und das kostet dich deine wünsche und deine träume und deine ziele oder das verzögert zumindest deine wünsche träume und ziele weil wenn du gedankliche arbeit geleistet hast wenn du affirmiert hast wenn du visualisiert hast in deinem leben und wenn du deine gedanken zur ruhe kommen lässt zum beispiel durch yoga oder durch meditation dann gehen ja die schwingungen nicht verloren energie bleibt dir erhalten das heißt du hast ein gut haben an schwingungs energie ich nenne es auch den großen see deiner gedanken und alle gedanken alle emotionen landen in diesem see das ist sozusagen dein schwingungsguthaben und in deinem schwingungsguthaben bist du steinreich auch wenn du jetzt im moment finanzielle schwierigkeiten hast in deinem schwingungsguthaben wenn du dir gesundheit vorstellst wenn du dir vollkommene gesundheit vorstellst vitalität dann bist du schon gesund in deinem schwingungsguthaben steht all das für dich bereit aber wenn du dich natürlich öfter hier unten bewegst dann kann nichts aus der realisierung werden weil deine vorherrschenden gedanken die werden ja realisiert oder manifestiert ab einem gewissen punkt wenn du die qualität deiner vorwiegenden gedanken im griff hast oder besser unter kontrolle hast dann bist du der bewusste schöpfer deiner lebensqualität aber erst dann wenn du die vorwiegende zeit deines lebens deine gedanken unter kontrolle hast es geht nur darum das zu lernen es geht darum es zu lernen bewusst die gedanken zu beobachten und bewusst die schwingung deiner gedanken immer in den bereich zu halten in dem du dich gut fühlst und der indikator dafür ist du fühlst dich gut du fühlst dich gut das heißt du bewegst dich im oberen hoch schwingenden bereich und je höher du schwingst desto besser übrigens für all deine wünsche und all deine ziele weil deine wünsche immer wenn du dir deinen wunsch vorstellst oder wenn du affirmiert oder dein ziel vor dir dein ziel vorstellst dann packst du ein stück deiner gedanklichen zukunft die ja irgendwo realität ist auf einer unsichtbaren ebene aber die ist realität ist gedankliche realität die packst du in deinen schwingungsguthaben sozusagen und je höher du dich auf dieser skala bewegst desto leichter gehen deine wünsche in erfüllung weil die sind energetisch ja schon da bloß einer anderen frequenz die wir nicht sehen in einer anderen form noch nicht feste materie das auto steht noch nicht in der garage das traumhaus ist noch nicht gebaut nein es ist alles noch in gedanklicher energie die gedanken die werden zu materie albert einstein sagt gedanken sind geronnener geist und so passiert es mit allen also lässt du deinen gedanken freien lauf sind deine gedanken unkontrolliert und du bist trotzdem in jedem fall der schöpfer deiner lebensrealität nur wird das eine ganz unklare lebensrealität hervorbringen die deinen vorwiegenden zufälligen gedanken und gefühlen ganz genau entspricht also dem durchschnitt deiner gefühle intelligent ist es die gesetze der bewussten schöpfung genau zu lernen und dann nach der theorie sofort in die praxis umzusetzen weil das theoretisch zu wissen das bringt dich nicht weiter das macht dich theoretisch schlau aber es bringt dich im leben nicht weiter wenn du einmal die wichtigkeit eines jeden einzelnen gedanken den du denkst erkannt hast es ist dir gar nicht mehr möglich deine gedanken dem zufall zu überlassen es ist dir nicht mehr möglich du kannst dann nur noch deine gedanken kontrollieren weil du genau weiß dass jeder einzelne gedanke zählt jeder einzelne gedanke der mit emotionen gekoppelt ist wirkt schöpferisch und weil du genau weiß dass jeder einzelne gedanke und als folge jeder einzelne emotionen schöpferisch wirkt und als folge auswirkungen auf dein leben hat sollte es in deinem interesse legen deine emotion bewusst immer höher schwingt zu lassen und die emotionen hier unten sofort zu unterbrechen und durch konstruktive fragen in diese richtung zu lenken und wie das geht davon gibt es schon unzählige öffentliche videos von mir auf youtube zum beispiel und das haben wir in so vielen webinaren besprochen und wer das noch mal wissen will der fragt mich am ende ich erkläre das trotzdem noch mal ganz genau denkst du vorwiegend wohlwollende ermutigende liebevolle kurz positive gedanken wird dass die situation und umstände in dein leben ziehen die dieser frequenz entsprechen also ein glückliches und erfülltes leben mit vorwiegend positiven konstruktiven gedanken erschaffst du ein vorwiegend glückliches leben mit vorwiegend negativen gedanken erschaffst du ein leben auf dieser frequenz wo du oft diese art von von negativen gefühlen empfindest und je mehr emotionen ein gedanke enthält desto stärker wirkt dieser gedanke schöpferisch und dabei spielt es keine rolle ob ein gedanke positiv oder negativ ist jeder gedanke den du mit deinem bewussten verstand denkst zählt das gesetz der anziehung ist da völlig neutral wenn du einen pullover an größe 40 bestellst bekommst du einen pullover an größe 40 das gesetz der anziehung kümmert sich nicht darum ob dir der pullover passt oder nicht ob dir die farbe gefällt oder nicht er liefert das was du vorher mittels deiner gedanken kreiert hast und sobald du beginnst deine gedanken bewusst zu kontrollieren und zu lenken wirst du zum bewussten schöpfer deines lebens oder besser deiner lebensumstände und die meisten menschen scheren sich nicht um die qualität ihrer gedanken und trotzdem erschaffen sie mit ihren unkontrollierten gedanken zu jeder zeit ihr leben meist kein besonders erfülltes leben die qualität deiner gedanken hat auswirkung auf die qualität deines lebens das weiß jetzt jeder hier die vorwiegenden gedanken die du gestern gedacht hast die haben deine heutige lebensrealität erschaffen und deine vorwiegenden gedanken die nur heute denkst die erschaffen deine lebensrealität von morgen das besagt das gesetz der anziehung und jetzt geht es darum die lücke zwischen wunsch und wunscherfüllung zu schließen und jetzt wird es spannend ein